Anschnallen und festhalten! Das ist eine Chianti-Reserve in Reihen- und Bestform. Das Weingut verzichtet absichtlich auf die Zugabe von Rebsorten wie Malot und Cabernet, sondern zeigt dir den kompletten Ausdruck der Rebsorte Sanchovese. Und wenn Sanchovese so richtig gut gemacht ist, was bitte gibt es dann Besseres? Hier erwartet sie eine wunderschöne Waldbeerenfrucht, ein nahezu perfekter Holzeinsatz. Der Wein ist würzig, saftig, aristokratisch, mit zarten Kräuternoten und ganz viel samtenen Tannin. Das ist ein Wunderschöne Waldbeeren.